Ja, Snowboard Kids, ne? Jemand, der das Spiel eventuell mal gespielt hat oder weiß, was er tut, der spielt das vielleicht innerhalb von 2-3 Stunden, weniger sogar durch. I'm not one of that guy. Ich glaube, ich nehme sogar ihn hier. Die Hakennase. Wenn du das nochmal sagst, schlage ich dir deine blöde Fresse ein. Oh, das wird ein Desaster. So, warte mal. Ging das? So ging's nicht. Okay, cool. Hier ist aber das Geilste. Man muss nämlich wieder in den Skilift. Und vor diesem Skilift ist jedes Mal absolutes Chaos. Ich liebe es. Yes. Fuck. Yes. Gotcha. Oh. Victory. Oh mein Gott. Ich sag doch, ein bisschen kann ich's doch. Aber nur ein bisschen. Just a little bit. Ich wäre echt froh, wenn ihr Arschgeigen aufhören würdet, mir mein Geld wegzunehmen, was hier auf der Straße liegt. Ich liebe das. Du denkst ja, oh cool, ich steig jetzt. Ich lebe wieder. Paf. Was ist die Backstory von dem Spiel? Kids, die Snowboard fahren. The end. Oh, cool. Ich krieg die Münzen mal. Nein. Ich wurde gefrozzoned. I was frozzoned. Yay. Meine Güte. Der Mario Kart fehlt hier. Alter. I just got frozzoned. Der Typ dachte sich nur, where's my super suit? Fuck. Fuck. No. Yes. Fuck. Der Konsolen-Falke kann das Spiel besser. Das hab ich ihm beigebracht. Also nur mal so nebenbei. Wo ist die ganz? Da vorne. Du fucking... Ausgerechnet da. Das hast du so langsam gedacht, ne? Was willst du, Dickerchen? Willst du ein Schneemann sein? Göttelig. Waaat. Ihr fucking Dickflops. Pisset euch. Ich snowboarde jetzt auf Gras, ihr fucking Weirdos. Up, fuck. Seh ich genauso, Junge. Ich glaub, ihr könnt noch mehr davon benutzen. Dickerchen. Ich werd dich häuten. Du fettes Schwein. Weil sich Captain Klops gedacht hat, jo, ich fahr mal da längs. Upen, upen, schnurpen, upen. Snurken, upen. The fuck yourself. Kommt, ne. Ihr seid da alle vorne. Das werde ich ja wohl noch irgendwie schaffen. Gebeck. Das ist genauso, wenn du jemandem sagen sollst, er soll sich nicht so aufregen. Komischerweise regen sich Leute dann irgendwie nur noch mehr auf. Das haben die Dinos schon damals gedacht. Das ist eine scheiß Idee, sowas zu sagen. Aber meistens wirst du von einem T-Rex gefressen. Warum? Okay, das ist grad mehr eskaliert, als ich eigentlich wollte. Na, nachher hört er das Spiel mir noch. Und dann kommt Dicki um die Ecke und, äh, sagt sich, äh, heb die Seife auf. Und ich denk mir, ne. Mit Sicherheit nicht. Ich hab nämlich Unsichtbarkeit und Coolheit. Genau. So, jetzt gibt's nämlich Quicksand Valley. Und ab hier hab ich keine Ahnung mehr, bin ich ganz ehrlich. I have no idea. I have no idea! Nein! Der lange Slap der Vergeltung. Der lange Slap der Vergeltung. Warte auf, ab. Ja, fuck you too. Ja, super. Ich hab den schlimmsten Fall. Den schlimmsten Fall von Schneemann. Silber Pass. Welcome to Render Distanz. So sieht's aus, wenn du Minecraft mit niedrigster Render Distanz spielst, by the way. Dauerhaften Nebel World. Man nennt es auch The Fog. Watt? Wieso? Geh! Ha, juhu. Wo kommt der denn jetzt her? Ich mein, das witzigste Rubberbanning hast du immer noch in F-Zero-X. Ich sag, das Rubberbanning ist einfach nur Fun. Wenn du irgendwann so schnell bist. Dass du, äh, dass die KI nicht mithalten kann und einfach crasht. Das ist ne fucking... Ne, komm. Ne, ne. Mach. Die einzigste Klippe, die ich hätte runterfallen können. Das ist natürlich so ein Bullshit. Oh, oh, na, komm. Mach. 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 Ich hab ne Idee. Moment mal. He, he, he. Get fucked. Weißt du, kaum hab ich diese Unsichtbarkeit schon, sei es... Ne, wir benutzen diese Dinger nicht mehr. Weißt du, damit, wo wir dich in dem letzten Rennen 30 Mal genervt haben in einer Runde? Ja, ne, da sind wir drüber. Da haben wir keine Lust mehr drauf. Also richtig klumpig. Oh mein Gott. Wow. Oh mein. Aber sonst, ne, ist das nie wirklich so ein Abfuck. Ja, ich muss ja umsteigen sonst, ne. Habt ihr das ge... Merkt ihr das? Kaum hab ich's weggegeben. In der Sekunde, in der ich es weggegeben hab, heißt es nur noch Justice Reign from Above. In der Nanosekunde, wo ich die Scheiße weglege. Regnet es fucking scheiße. Come on, fahr, fahr, fahr. Schieß. Ach komm. Geh weg. Geh weg. Ihr Schweine. Was ist so ein Bullshit? Ne, ne, das kriegt ihr gleich alles. Das kriegt ihr gleich an. Lass mich mal vorbekommen. Johohohoho. Der wohnt unbedingt vor. Die Konne war ganz kurz. Seht ihr das da an der Seite? Jesus fucking Christ, was ist das? Was zur Helle ist das? Was ist das? Alter. Ist das Tadeus? What the fuck? Sieht aus wie Mongo Luigi. Mongo Tadeus. Alter. Das ist kein Ninja, das ist ein... Ja, das ist ein scheiß Rennen, das ist das. Ich bin so abgelenkt jetzt mittlerweile von Zombie Tadeus. Von Zombie Ninja Lordenmeister Tadeus. Triple kill. Ich hab uns alle ermordet. Wunderbar. Können's nochmal machen. Ja, danke für den Abfuckspiel. Danke. Das hab ich noch gebraucht. Das hat mir auf meiner To-Up-Fuck-Liste heute noch gefehlt. Mach bitte weiter. Das ist ein Glück, dass ich euch so mag. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin und führe. Aber das hat nichts zu bedeuten. Er hüpft wieder sonst wohin. Yes! Oh mein Gott! Das ist ein Dreckiges Scheißspiel. Deine RNG-Scheiße geschafft. Da war nicht Skill drin, da war Glück. Ähnlich Scheiße wie das hier. Nein, ich liebe dieses Spiel. Ja, es ist schön, aber meine Güte. Ah, ich mag das Spiel, ja, aber meine Güte. Ja, Tatsache da. Ich meine, er ist überhaupt nicht overpowered, ne? Einfach einen halben Stern mehr in allem. Ich speichere das trotzdem. Data safe. Not enough pages. Ich habe kein anderes Controller-Pack. Vor allem, wie kann das Ding voll sein? Weißt du überhaupt mal irgendwer, wie man das Scheißdinger leert? Muss man das auch irgendwie... Ich meine, das ist mir jetzt mittlerweile sch... Also... Technically, also... Genau genommen habe ich jetzt... Genau genommen habe ich jetzt hier alles umsonst gemacht. Weil wenn ihr jetzt nämlich mal guckt... Jetzt müssten wir Shinobin nicht mal mehr haben. Ja, nichts. Also... Ja, wir haben hier alles für umsonst gemacht. Wir haben alles für umsonst. Also wir haben nicht mal einen Spielstand, wo alles drin ist. Wo hier schön aussehen würde. Ne, wir haben... Gar nichts. Hey, Schosch, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, ich habe hier echt ein bisschen... Es hat hier gedauert, bis das fertig ist. Deswegen würde ich mich sehr über ein Like oder Kommentare freuen. Oder beides wäre auch super nice. Weil... Das hier war halt eine Menge Arbeit drin. Das hat gedauert, das so fertig zu kriegen, dass ich jetzt am Ende damit zufrieden bin. Und das auch so hochladen möchte. Nebenbei nochmal ganz... Nebenbei besagt. Vielen, vielen Dank für die Treue meiner Patreons. Das möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht vergessen. Gerade bei sowas, wo ein bisschen mehr Arbeit drin ist. Ich würde mich da nochmal für bedanken, dass ihr mich da so weitestgehend unterstützt. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute. Bye.